Abendbrot. Wir essen gleich Abendbrot. Heute hatte ich mal Lust auf einen leckeren Salat. Den Blattsalat habe ich schon gewaschen. Jetzt schneide ich mit unserem gerade erst neu geschliffenen Küchenmesser Gurken und Tomaten in kleine Stückchen. Das geht viel besser als vorher mit dem stumpfen Messer. Meine Frau sagt, pass auf, dass du mit dem Messer nicht abrutscht und dir in den Finger schneidest. Ja, natürlich passe ich auf. Abendbrot. Wir essen gleich Abendbrot. Heute hatte ich mal Lust auf einen leckeren Salat. Den Blattsalat habe ich schon gewaschen. Jetzt schneide ich mit unserem gerade erst neu geschliffenen Küchenmesser Gurken und Tomaten in kleine Stückchen. Das geht viel besser als vorher mit dem stumpfen Messer. Meine Frau sagt, pass auf, dass du mit dem Messer nicht abrutscht und dir in den Finger schneidest. Ja, natürlich passe ich auf. Wir sind wieder auf. Dann drehen wir das.